Die Bibliothek Nicht ganz so lustig ist das, was sich jetzt in Upende in der Nähe von Aurich abgespielt hat. Dort musste nämlich jetzt wirklich die kleinste Bibliothek Ostfrieslands geschlossen werden. Und zwar wegen Vandalismus, erfuhr Joachim Reinshagen. Die Täter kamen in der Nacht und machten Kleinholz aus der Upender Büchertelefonzelle. Zwei Wochen Arbeit und ganz viel Leidenschaft hat Jürgen Rogal in seine kleine Umsonstbibliothek gesteckt. Nun liegt sie bereits zum zweiten Mal kurz und klein geschlagen am Boden. Ja, eigentlich sehr, sehr traurig und auch bestürzt, weil das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass das passiert ist. Und ja, ich bin einfach sprachlos, da fehlen mir einfach die Worte bei sowas. Weil ich frage mich, was für Menschen das sind, die sowas machen. Weil Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alle haben diese Bibliothek hier angenommen. Und hier ist auch ein riesiger Durchsatz an Bildern, also an Büchern. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Die Idee hatte der gelernte Computerfachmann im Herbst. Er wollte, dass die Leute im Dorf wieder mehr lesen. Die Nachbarn spendeten die Lektüre und er machte sich an die Arbeit. Ende Dezember zerstörten Unbekannte dann die neue Dorfattraktion das erste Mal. Aber Jürgen Rogal ließ sich nicht unterkriegen und möbelte sie wieder auf. Während die Polizei jetzt nach den Tätern sucht, sortiert Jürgen Rogal aus. Nur wenige der 300 Bücher sind noch zu retten. Die meisten ein Fall für die Mülltonne. Es sind zwar hier gute Bücher, aber das ist nass, da kann man nichts mehr mitmachen. Schade. Die Unterstützung ist groß. Romane, Krimis, Kinderbücher. Die Leute in Obende wollen ihre Dorfbibliothek möglichst schnell wieder zurück. Super. Und das wird ja auch gut angenommen. Wenn ich hier öfter vorbeifahre, dann sehe ich das, dass hier Leute reingehen, Kinder reingehen. Also das ist eine ganz tolle Idee, auch bei uns in der Nachbarschaft. Die wissen das alle und die fahren ja auch wo mal öfters her. Die sammeln auch Bücher, bringen sie uns denn rüber, wir bringen sie hierher. Also, aber wer sowas macht, weiß ich nicht. Egal wer die Randallierer sind, egal wie lange es dieses Mal dauert, alle im Dorf packen mit an, damit es hier schnell weitergeht. Ich denke, wir kriegen das hier in gemeinsamen Kräften auch wieder zusammen und warum unterkriegen lassen. Also gerade sowas schafft eigentlich neuen Mut und man muss eigentlich dann auch Paroli bieten und sich von sowas nicht unterkriegen oder kleinkriegen lassen, weil das würde für solche Leute irgendwie bedeuten, dass sie auch noch irgendeinen Siegerrungen haben. Das ist nicht gut, nein. Die Obender bauen ihr buntes Wahrzeichen gemeinsam wieder auf. Und weil alle mitmachen, soll die kleine Dorfbibliothek spätestens in zwei Wochen wieder eröffnen. Dann wünschen wir schon mal alles Gute zur Neueröffnung. Dann wünschen wir schon mal alles Gute.